Hi liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Thursday Thunder Osterspezial hier aus der Europazentrale in Baßbüttel. Und Osterspezial, denkt nochmal an unser Osterfeuer, schaut mal bei uns auf die Homepage www.horizonhobby.eu. Dort haben wir diverse Produkte für euch im Preis gesenkt, natürlich zu Ostern. Und unsere Time-to-Change-Aktion läuft noch bis einschließlich Sonntag. Also, wenn noch eine neue Fernsteuerung auf dem Plan steht, dann schaut mal rein www.horizonhobby.eu. Und wir machen heute ein kleines Osterspezial, weil langes Wochenende, super Wetter, Flugzeit, Fahrzeit, Crawlerzeit, Bashingzeit. Also, da wünsche ich schon mal vorab viel Spaß mit und wir wollten euch einfach mal hinter die Kulissen gucken lassen, was bei so einem Thursday Thunder alles schieflaufen kann. Hier unser kleinen Outtakes, bis gleich. Los, ah, jetzt. Hi liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen hier zum Thursday Thunder auf Ruau. Achso. 12mm Dämpfer für jedes Gelände geeignet. 12mm große Dämpfer. Das macht doch richtig Spaß am... Ach, kacke. Hey liebe Leute, ich hab grad meinen Text vergessen. Man bietet Flugspaß für maximal fünf Minuten. Es ist Ostern, es sind 24 Grad, es ist... Na, das ist eine richtig Scheiße. Tolles Teil, schaltet mal von so, es ist Erdnussbluterkregen. Ebenfalls, Späge. Doch. Wenn ihr Hunger habt... Wenn ihr Hunger habt... Wenn ihr Hunger habt... Wenn ihr Hunger habt... Lass die... Anlade... So, da bin ich wieder. Ja, das passiert ab und zu mal. Also ist eine total lustige Truppe hier, nochmal von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank an die Kollegen. Ihr macht echt einen coolen Job. Es macht riesig Spaß mit euch zu arbeiten. Und ich wünsche natürlich allen Kunden, allen Freunden und allen, die das Hobby lieben, ein ganz, ganz tolles Osterfest. Ein schönes Wochenende. Habt Spaß mit eurem Hobby und Hauptsache ihr bleibt gesund. Bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss. So, so liebe Zuschauer und das ist Fabian und das ist Thilo. Wir sind das Team hinter Thursday Thunder, was wir natürlich jede Woche gern vor euch machen, um einfach mal die Gesichter zu zeigen. Meins sieht man ja kaum, weil ich immer vor der Kamera stehe, aber das von Fabian sieht man selten. Weil, ist so. Ja. 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 Dein Gesicht sieht man kaum. Nein. Nein. Ja.